Eure Zeit ist abgelaufen. Heute ist der Tag, an dem euer Universum in absolute Finsternis getaucht wird. Ihr könnt nichts dagegen tun, lehnt eure Waffen nieder, fahrt eure Schilde wieder herunter, wir werden eure Welt zerstören. Geht es auf, ihr seid in der 100-Zahl fortschrittlich nicht überlegen und mit euren primitiven Technologien eine Schande für das ganze Universum. Nur damit ihr es wisst, Widerstand ist zwecklos. Grünbombs Schiff wurde beschädigt. Hedings, wir können jetzt nölos angreifen. Was ist denn das? Schiff wird es schäuert. Geht es? Schiff wird es nicht so, wenn es die Zeit gibt. Soll ich mich schäuert? Soll ich den Weg schäuert. Untertitelung des ZDF, 2020